Sein Foto. Er hat angefangen, mir zu schreiben, nachdem er mich im Fernsehen gesehen hat. Er hat alle Artikel gelesen. Er wusste einfach alles von mir. Also von dem, was mir passiert war. Habt ihr ihn mal getroffen? Nein. Er sieht sehr jung aus. Ja. Ist das ein Problem? Keine Ahnung. Wie alt ist er denn? 90. Von Klimaanlagen bekomme ich immer Halsschmerzen. Los, Rina, mach das Radio an, ich will Musik hören. You're my heart, you're my soul. Gibt es nicht ein Lied mit diesem Titel? Keine Liebe mehr, weil ich sie nicht verdiene. Als ob ich sie jemals kennengelernt hätte. Doch. Doch, ich hab sie kennengelernt. Mit meiner Tochter. Ich liebte sie mehr als mich selbst. Nie bin ich aus dem Haus gegangen, ohne zu schauen, ob alles in Ordnung war. Ob es ihr gut ging. Und es ging ihr gut. Es ging ihr immer gut. Und wenn es eine gab, der es nicht gut ging, dann war ich das. Und was glaubst du, als ich sie beim Baden ins Wasser gedrückt habe? Da wollte ich noch, dass sie... 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 Da wollte ich noch, dass sie...